hallo der neufall gitar 5 wir sind hier gerade bei diesem raubüberfall auf das schiff wir tauchen hier gerade mit michael versuchen irgendwas findet in den trümmern wie viele das gerät in den trümmern dahin gehen wo die die signale herkommen oder okay hier ist es versunken das schiff letzter fall ist es versunken wer sehen möchte letzter fall ganz schön hier das ist und da geht runter da ist es doch hallo runter rechts da ist es und da hast du aber auch schon mit dem hu-boot begib dich zum gerät das sieht man ja sehr viel in dieser dieser was sich was bis wir dann nach links wo ist es denn hier unten okay ich gebe bier aus der ring der ring genau bringt das gerät ins sichere gebiet ok wenn wir schon hier durchtauchen durch dieses matschige wasser und dann bis zu einem gelben kreis da hinten kommt immer näher dem gelben kreis unserem ziel ist bestimmt in voll sicherer entfernung überhaupt nicht auffällig hey wie gesagt überhaupt nicht auffällig man you can say whatever you want about trevor but shit you got it done yep let's hope so hey is that a master what i mean what the fuck you doing here you should be in bed yes i should be i would be certain known associates weren't busy making themselves enemies of the state fib merriweather iaa you could fuck with them all day long but when you try and steal an experimental superweapon and sell it to the chinese you and everyone you ever knew is going to be fucked in the ass you fucking chumps hold on man a superweapon a superweapon the chinese what what you think is in there i thought he talked to you all right man so what now well maybe i can organize to have it taken back and found amongst the wreckage whoa holy fuck lester crest holding on and looking good huh do you have any idea what you did here yeah i pulled a score what are you jealous because you didn't get your twenty percent that thing doesn't go back then we will all end up on every watch list in the entire planet watch list so fucking watch so they don't watch they kill idiot we'll all be dead within a week think listen take the truck take the truck do what you gotta do all loaded up great then you and the patient can take it all back right fucking now so you mean to tell me this this shit was all for nothing and it's the hood all over again fuck come on franklin you owe me michael i am old what you gonna do huh i think it's something i gotta get franklin some work too i take this yeah yeah lots of miles to feed amigo tell me about it fuck da hat es wohl nicht ganz so geklappt wie sich dauer das vorgestellt hat ja voll freigeschaltet voll gut ja raubauerfall ausgeführt geld 20 millionen kosten für leer und minus 20 millionen es ist die herz allerliebste bei dieser ja herz ja 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 ich habe aber das gefühl dass das zeug mehrwert mehrwert gewesen wäre als 20 millionen weil 20 millionen ist ein bisschen wenig für sowas aber naja es gibt aber schon wieder ein neues haar ist es auch wieder für alle zugänglich aber jetzt vielleicht gemäß auch mal zu franklin und machen diese b fragezeichen mission naja hm ich glaube wir gehen jetzt ja wir gehen jetzt zu franklin franklin hallo wo hat sich vor allem denn jetzt in die kürzester zeit wieder hin teleportiert so fahren wir mal zum b fragezeichen mal habe ich wie oft habe ich jetzt gerade schon gesagt in den letzten 10 sekunden b fragezeichen b fragezeichen b fragezeichen jetzt will ich gar nicht helles licht helleres licht haus helles licht helleres licht wir fangen mit hellerem licht das war gut oh 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 so wie setzt man eigentlich einen helme auf wenn man mit motorrad fahren ist nämlich sicherer du musst irgendwas drücken oder geht das automatisch ja wenn das ist das bb fragezeichen wieder weg sie zu wissen blöd ist gerade dann gehen wir jetzt mal so kommen hotel man kann nicht übernachten in kilometer noch jetzt ist er quietsch musik und sprung schöner kleiner sprung hier gerade und ein ganz kurzes stück über die autobahn oder wie ohne helm wäre ich jetzt wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schlechter dran ist der typ alleine im bus nein zu zweit klappt ok weil mein blutlauch im bus ich könnte sagen die dna identifizieren ist so hallo ha wie hallo wer ist denn das hier michael ok hey was cracking what's he at right there so we really finna do this shit we finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again yeah hey hey all right let's sit up here's the plan hey trevor yeah i want you in this position up here yeah you're on lookout give me a heads up when the armor car comes by okay okay yeah i'm gonna be right here in the garbage truck blocking the roadway franklin you're in the alley and tow truck hope is they pull right up in front of you when they do you come at them hard bam shit here's hoping yeah after the hit we blast open the doors grab up all the cash bonds whatever it is i take it to haynes guy it's all a little hole for home as long as i am not on the ground when the shit goes down okay when the shit goes down we'll handle it you stay up here on your post eyes peel we'll take the risk sound cool she's a truly professional doll and at least we're not wearing clown outfits there's a plus right the masks what let's see what we got here oh masks very good real professional so wie sieht es aus haben wir vor ein paar folgen mal gekauft das war voll gut das ist ja voll genial little books steige in den müllwagen little books begib dich zu den cypress flats okay also so mit dem dem ross schott hier am strand der straße er braucht so eine scheiße so hier also hin und hinstellen oder wie okay 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 vorsichtig der ankunftszeit okay ich bin verrückt das ist das schweine ding ist ja auch im plattbeifal ge äh 69 auf dem samt oder so okay die straße okay die straße mist hier die straße die straße ist immer so hoffen sie fuß ihnen jetzt freund her kürzen wir ferns auch selber und die mauer ja so ist es auch gut haftbomben an der hektür okay los geht's aufbomben aufbomben lieber mal lieber mal umbringen bevor sie noch wohnen europäisch ist dann auch noch wohnen eike wenn du nicht einfach weg Äh, Dauer. Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Moment. War das eine gute Idee? Oh, da ist noch welche und da unten. Hier kommt auch noch irgendein Hubschrauber von wo auch immer. Ich bin irgendwie blind oder ist da keiner? Wer weiß. Das war nicht so geplant. Moment. Oh, die da noch weg. Die da noch weg. Die da noch weg. Ich blitze. Na, und was wollen die eigentlich alle? So. Jetzt noch ganz kurz zu Michael wechseln. Oh, Franklin, du bist auch mal dran. Oh, Gott, Gott. das ist eine steuerung das ist zum kurzen so fang den Dispust dran, mach deine Arbeit hier so, er ist ganz schlimm drin, gerade meint Moment, du bist auch noch weg hier äh, oh god oh god oh nein, das war überhaupt nicht gut wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann können wir uns dann schauen und tschüss wir werden nicht vergessen